Moin Ralf. Moin. Wie hat dich deine Mutter genannt? Ralf. Und wer darf dich heute noch so nennen? Jeder. Sommer oder Winter? Sommer. Jürgen oder Holger? Das ist gemein, beide. Wo macht Fußball gucken mehr Spaß? Auf der Couch mit Freunden oder als TV-Experte? Als TV-Experte, den vielen näher geht nicht. Was machst du als erstes, wenn die Kamera bei einer TV-Übertragung aus ist? Durchatmen und gucken, was mein Papa bzw. meine Freundin dazu sagen. Mainzer Bruchweg oder St. Pauli's Millern-Tor? Millern-Tor. Und warum? Ja, länger da, eine noch emotionalere Bindung. Was sollte man unbedingt mal auf der Reeperbahn getan haben? Ich habe ein bisschen fernab der Reeperbahn. Eine Welt ohne Fußball ist wie? Ist unvorstellbar für mich. Nächster Urlaub, wann und wo? Sind gerade in der Planung, wissen wir noch nicht. Ich nehme dir ein Eis mit. Welche drei Sorten willst du haben? Schokolade, noch mehr Schokolade und Kirsch. Warum ist die Banane eigentlich krumm? Das liegt daran, dass sie der Sonne entgegenwächst und dann entwickelt sich das so. Für was gibst du zu viel Geld aus? Wahrscheinlich Autos, würden die anderen sagen. Wenn dein Leben verfilmt wird, wer soll dich spielen? Das weiß ich nicht, aber es soll auf jeden Fall Quentin Tarantino Regisseur sein. Welche Serie guckst du gerne? Ich empfehle jedem einmal Mesh zu gucken. Dein peinlichster Moment als Fußballer? Eigentore, zwei Stück. Drei Dinge für die einsame Insel? Ein E-Weeder, weil da passen mehr Bücher drauf, genug zu essen und eine Spielkonsole. Wenn du den ganzen Abend bei einem Getränk bleiben musst, was trinkst du? Ginger Ale. Kennst du einen guten Fußballerwitz? Nein. Danke Ralf. Bitte.